Hallo, Präsenz! 70 Was ist mit die Zahl 70? Kopfschmerzen Du hast Kopfschmerzen. Wovon hast du denn Kopfschmerzen? Die Drogen Wie denn die Drogen? Was denn für Drogen? Was für Drogen hast du denn früher genommen? Extremistischen Extremistischen Drogen 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 versorgen Drogen hoch magst du mir mal verraten was somit hier passiert ist angst du mir mal verraten was Ich kann Felix entschuldigen, Hassan. Ich weiß nicht, was du gemacht hast. Gehäuse. Gehäuse? Hm. Meist das Gehäuse von meinem Handy oder was? Ich finde das schön. Gehäuse. Gehäuse. ... Hquatsch. Hlig. Ich fuhre. ... ... ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich spüre so eine kleine Luftsucht. Bist du das? Bist du grad hier in meine Nähe? Bist du das? 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 Vielen Dank.